Glaubt man mehr Servern abbauen kann. Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Server Crab View mit Alex. Hallo. Hallo. Wir haben wieder einen Server rausgesucht, den wir nehmen endlich wieder auf, nachdem wir aus irgendwelchen Urlauben wieder zurück sind. Gewohnt hier an dieser Stelle und wir haben diesen Server und er heißt N-S-A-S-U-D. Nee, HyperCraft. Nein. Also ja, aber die IP ist nicht so. Aber geh mal drauf. Wir gehen einfach mal drauf. Oh, hä, was war das? Rottelt. Moment, sind wir am Spawn? Da hat einer meinen Namen geschrieben. Hä, ich bin nicht am Spawn. Ich bin, wo bin ich? Ach ja, warte, ich muss hier durch dieses Portal. Hier ist der Spawn, genau. Wir haben vorher ein bisschen schon mal geguckt. Aber die Kuppel wurde auf jeden Fall per Hand gebaut. Oder? Nein. Auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal sagen. Was kann man denn hier machen eigentlich? Gibt's Warts? Nein. Oder so. You need to type a destination after slash Warts. Okay, dann, ähm, Ränge. Äh, Kit. Oh, ich hab Essen gekriegt. Hä? Was hast du gemacht? Achso, du kriegst. Was hab ich gemacht? Rang. Ich dachte, warum kriegst du... Warum verliert man hier schon wieder Essen? Guck mal, hier ist das Server-Team. Oh, man. Oh, einer ist jetzt wieder unbanned. Ja, der wurde eben gerade gebannt. Hyper-Luca ist der Owner. Cool, ey. Der ist auch hier. Der ist auch hier. Wo, wo, wo? Der steht in Dingens. Äh? Ah, der ist da. Ich find's ja geil, wie durch ihn. Das ist so Architekt, Owner, Architekt. Und der eine Admin steht einfach da. An der Seite. Weil er nicht so cool ist. Schade. Er hat einfach einen Kopf von mir auf. Warum kann man keinen Doppelsprung machen? Das ist doch ein Scheiß. Ey, der Owner hat einfach einen Kopf von mir aufgesetzt. Ich kann jetzt weg. Entschuldigung. Kann man abbauen? Leider nicht. Weiß noch, als man abbauen konnte. Das war noch lustig. Ja, das war noch Titan. Ich dachte, man mehr Server, wo man abbauen kann. Ich dachte, man mehr Server, wo man abbauen kann. Was gibt's hier? Was steht hier? Es ist dunkel. Zu den Minigames kommt bald. Schaut man hier rum? Ja. Man kann einfach drum rumlaufen. Bild bei jessecraft.hd. Nice. Gute Arbeit, dass man nicht hier durch kann. Äh. Fuck. Was gibt's? Was soll man hier nichts machen kann? Hier gibt's noch was. Lava? Moment, man kann sterben. Nein. Oh. Man kann echt einfach sterben. Mein Hähnchen ist weg. Ich hab einen Skifahren bekommen. Was? Ah, fuck. Wo bin ich? Hä? Hier war ich gerade. Aber. What the? Hä? Warum werd ich geboxt, Alter? Kann ich nicht boxen? Hä? Ich werd auch geboxt. Hä? Oh, irgendwer ist wahrscheinlich unsichtbar. Alter, der ist überlegt einfach. Oh. Ich glaub, das ist aber. Ich bin hier runtergefallen. Hallo? Ja, hier kann man sich echt boxen. Das ist so schul. Oh, man kann die abbauen. Ah, ne, der Owner kann das nur. Und jetzt kann man hier runter. Hä? Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, wieso ist Dennis eigentlich noch okay? Neul, man kann ja abbauen. Ja, das frag ich mich auch. Was kann man abbauen? Ich hab ein Beacon. Warte, ich will auch was abbauen. Guck mal, ich hab ein Beacon. Oh, ich hab auch was abgebaut. Guck mal hier. Warte, ich kann nicht gucken. Mann, ich war gerade am abbauen. Guck mal. Ja, hab ich gesehen. Aber nice. Hilf mich, ich muss diesen Block abbauen. Den da drunter kannst du abbauen. Dann können wir da rein. Nein! Oh nein! Nein, du Ficker, Alter. Das ist doch Spocko, ey. Vor allen Dingen böse. Anstatt einfach mal so eine Protection hier hin zu machen. Ich baue mich da jetzt wieder hoch. Ist mir egal. Tschüss. Ach, fuck. Ich kann ja abbauen. Ach, der Penner! Warum macht der das denn? Wir werden von Weitentekten getrollt, oh Mann. Der eine hat einen schweren... Ach, verpiss dich doch mal, Alter. Ja! Nee, ey. Warte, komm mal wieder dahin. Hier. Guck mal hier, wo ich bin. Ja, guck mal, wo ich bin. Wo bin ich eigentlich? Ja, guck mal, hier oben bin ich. Ich will da rein. Hi. Ach, du Penner! Ich war am abbauen! Weh, du schubst mich jetzt. Ja! Oh, ich bin tot. Echt? Warum? Keine Ahnung, ich hatte kein Leben mehr. Ups. Oh, ich bin da drin. Der Server ist ein bisschen auflegen. Ja! 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 Kann man mal abbauen, ey. Endlich! Hä, war für die Schaden. Und wir haben gerade noch gesagt, mach doch mal einen Server mit abbauen. Guck mal, mehr Server mit abbauen kann. Da haben die sich gedacht, alles klar, machen wir. Machen wir direkt. Macht voll Bock gerade. Ich bin jetzt auch noch an zu regnen. Ja, ich komme nicht mehr raus. Das ist ein bisschen doof. Ich bin, ich bin wieder raus. Ja, ich bin jetzt hier unten. Warte, ich komme auch. Ja, tschüss. Ja, wie tschüss. Ja, ich buddel mich jetzt hier aus. Da kann ich mir abbauen. Doch, kann man. Ja, was lagerst du denn? Hi. Mann, ich wollte mich rausbauen. Sonst kommen wir hier nie mehr raus. Okay, warte, wie im Knast. So. Oh nein, hier ist Stein. Oh, da kommt Wasser. Oh. Ja, können wir da nicht rausschwimmen? Nein. Da ist noch Stein. So. Oh nee. Oh fuck. Ich habe nie Idee. Ah, dieser Penner. Ich bin gleich draußen. Ich bin gleich draußen. Echt? Cool, ich komme mit. Nein, hier ist schon wieder Wasser. Ah, warte. Okay, warte, jetzt. Jetzt kommen wir raus. Wir kommen raus. Oh, ich habe... Oh, lol. Ich bin draußen. Warte, ich komme. Ey, hör auf. Ich sterbe. Warum machst du sowas? Ich habe die erschwert gekriegt. Was machst du denn? Ja, ich komme noch nicht raus, wenn du das zubaut. Ja, ich komme zu raus. Ich habe es aufgemacht. Ja, als ob ich dir jetzt noch mal vertraue. Ohne Witz. Okay, dann vertraue mir halt nicht. Dann baue ich dir das halt echt zu, ne? Ja, ich bin jetzt auch schon raus. Ist mir egal. Töte dich jetzt, ne? Mach mal nicht. Ja, wo bist du hin? Da kann man nur scheiße machen. Sonst fängt es ja einfach echt krass. Ich bin fällig mal weg. Da stehen auch noch Schilder. Ich will auch mal die Schilder hier lesen. Echt? Was für Schilder? Ups. Oh. Ich bin tot. Oh. Oh. Fuck, wo habe ich das jetzt hingetan? Ich habe mein Schwert hier irgendwo hingelegt. Wer hat hier die ganze Zeit rumgeportet? Gib mir mal ein Schwert. Och, Mann. Jetzt hat er mein Schwert. Gib... Alter, der macht einfach One-Hit, der Typ. Gib mir mein Schwert. Vollgemein, der Typ. Was steht eigentlich hier auf diesem Schilder? Man kann ihn einfach nicht boxen. Bann-Zeiten. Eins hacken, eins Woche Bann. Zweitens. Sobald du aus einer Fuck bist... Das heißt, ich kann einfach hacken, oder was? Erste Stunde warten, bis zu die dritten Spam zwei Stunden Bann. Viertens. Das Server-Team nerven, fünf Stunden Bann. Fünftens. Nach viel hacken gibt es zwei Jahre Bann. Zwei Jahre Regeln. Keine Beleidigungen, nicht hacken. Keine Caps, nicht dauerhaft nach Rang fragen. Aber der Server ist am laggen wie Scheiße. Nicht Spam, keine Bugs nutzen. Der Server ist ziemlich nice eigentlich. Boah, Alter. Der Server ist am laggen wie Kacke, Mann. Nein, der ist cool, der Server. Ist ein Schaf? Warum ist denn scharf? Ich nehme den Server, er laggt. Dennis hat 100% Hacks. Ich habe einen Goldapfel bekommen. Warum? Boah, ich kann fliegen. Nee, kann ich doch nicht. Ich habe so hammer den OP-Apfel bekommen. Boah, dieser Server ist so scheiße. Hä, ich finde den voll geil. Boah, der Server, Alter. Der ist so scheiße. Nein, der ist geil. Geilo. Geilo. Wo komme ich denn? Ich habe Geilo geschrieben. Mal gucken, wann es im Chat ankommt. Papier LP hat auch Hacks. Hat er mir gerade gesagt. Och, hör doch mal auf, alles zu verraten. Manu. Ich will wieder in diese Welt. Ah, hier. Oh, es liegt nicht mehr. Hi. Tschüss. Ich mache jetzt mein eigenes Leben. Mein Einsiedlerleben hier. Vor allem, was kannst du denn hier machen, außer da abzubauen? Das war es doch schon. Mehr kannst du doch gar nicht machen. Ja doch, Spiele. Aber die kommen ja erst bald. Das ist ein bisschen doof. Oh, ich habe... Hast du das ja Schiefern im Chat gesehen? Ja. Geil, ne? Respekt. Danke. Ich lebe jetzt hier. Das Server-Team näher in fünf Stunden Bann. Nachher... Komm, also darauf kannst du es auch anlegen. Nach viel Hacken gibt es zwei Jahre Bann. Ja, habe ich doch gerade vorgelesen. Ja, ich weiß. Ich wollte es nochmal... Nochmal... Dieser Pixel-Denis hat Hacks drin. Ja, das hat er. Oder ist liegt wie Kacke. Zu 40% sicher. Aber was mache ich hier? Ich muss ein bisschen Kraft... Hä? Alter. Ach, das ist... Ach, fick dich doch. Alter. Alter, jetzt habe ich hier das Falsche abgebaut. Jetzt muss ich ja erst mal buddeln. Ne, das war's. Aber mehr kannst du echt nicht machen, oder? Doch, ich baue gerade was ab. Ich lebe hier. Ich habe doch gesagt, ich lebe jetzt hier. Okay. Alles klar. Alles klar, dann... Oh, was will dieser Typ von mir? Ich verstehe es nicht. Weil ich immer wieder mal random Schaden kriege und ich habe keine Ahnung, woher. Wahrscheinlich irgendwelche unsichtbaren Leute, die sich lustig finden. Sollen wir mal admin geben? Ja, frag mal bitte. Habe ich doch geschrieben. Gib mal admin. Kann ich auch admin? Versuch mal. Ich glaube, ihr meint nicht uns, oder? Ne, glaube ich auch nicht. Aber ist ja lustig. Ach, was... Ich kriege wieder Schaden. Äh... Ich brauche jetzt. Ich weiß nicht mal, wie immer Rechte konfiguriert der Typ. Was? Versuchen da, glaube ich, irgendwelche Rechte zu konfigurieren, oder so. Faker bekommen mir nichts. Ey. Bin kein Fucker. Vor allem ist es ja auch hier ein Premium-Server. Und hier muss man sich nicht registrieren, oder? Von wo bin ich denn gekommen? Warum schlägt der mich? Warum schlägt der mich? Warum schlägt der mich denn? Weil mich checkt gerade nicht, äh... Das ist doch gar kein Cracked-Server, oder? Dann kann es doch kein Fake-Server sein. Nein, aber ist doch... Ist denen doch egal. Du bist ein Vollidiot. Ja. Da sind noch Goldäpfel. Auf jeden Fall besser. Server EU, würde ich sagen. Ah, fuck. Hier ist ein Zombie. Oh, Backup-Starling, Alter. Das ist sowas sogar im Chat angezeigt. Leck mich am Arsch. Geilo. Das ist auf jeden Fall geilo. Ich baue mal ein bisschen was hier. Mach das. Ich muss den... Ich bin gerade am Spawn rum. Quasi der Weltverschönerungsex... Überleg mich, wie ich es hierher geschafft habe. Ich kann diesen Block nicht abbauen. Warum kann ich hier... Achso, hier baut einer zurück. Das ist ja gemein. Ja. Hä, ich baue hier schön und der macht alles wieder hin. Hör doch mal auf damit. Bei mir zieht gerade mein ganzes Leben vorbei. Wieso ich jetzt hier bin gerade. Ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Wenn ihr diesen Server cool findet, schreibt mal in die Kommentare, dass ihr das Server... Nix. Weil keiner findet diesen Server cool. Oh, was? Wir machen eine persönliche Diskussion an die Leute, die diesen Server cool finden. Keiner findet ihn cool. Einfach mal ein gutes Start, Alter. Also, wenn ihr den Server auch so scheiße fandet, dann gebt auch mal ein Like und so. Und wenn ihr das vielleicht lustig fandet, hoffentlich habe ich es euch gefallen. Dann gebt mal ein Like oder so. Schau bei Alex vorbei oder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.